Ja, jetzt beginnt wieder die Eissaison und bei uns in Franken sagt man, ich möchte zum Beispiel drei Kugeln Eis. Einmal Erdbeer, einmal Stracciatella, einmal Zitrone oder was. Und da war einer aus Hessen und der sagt, ich möchte drei Bällchen Eis. Der italienische Verkäufer wusste nicht, was der meint, drei Bällchen. Und dann hat einen Franke halt hinten gerufen, noch drei Kugeln mehr hinterher.